So, herzlich willkommen zurück zu Call of Doom Extermination Day, Map 6. Wobei mir letztens aufgefallen ist, was ich gesagt habe, ist vollkommen falsch, weil eben das war nicht Map 06, sondern Map E-Day 06. Die Maps von Extermination, die haben ja statt dem Map vorne E-Day dran. Ne, das E, also Englisch E, E-Day, natürlich Extermination, na klar, erste Buchstabe, ich höre schon auf. Ähm, so. Klasse, lecker. Aha, danke, danke, danke. Ja. Die ist einfach instant gestorben. Einfach instant Nudeln. Halt. Wir schaffen das! Yay, wir schaffen das wirklich. Haha, los. So. Hö, das war... Ach, komm. Oh, nicht zu warm. Ich mag jetzt immer, wenn sie sich gegenseitig fertig machen, das erspart mir eine Menge Arbeit. Oh, doch. Ich scheine Spaß zu haben. Okay, Pinky hat natürlich gewonnen. So, habe ich jetzt noch irgendwelche Leute aufgeweckt? Ne, ne? Also, sie lenzen natürlich alle, klar. Oh, doch. Aua. Ich wollte die Tür zu machen, aber die ist einfach zu langsam. Diese Tür ist nicht dazu da, zugemacht zu werden. Wenn man gerade in Gefahr ist. Kommt der jetzt, oder? Geht doch. So, muss ich ein bisschen vorsichtiger agieren. Die Frage ist, ich weiß halt nicht, ob jetzt irgendwelche kommen, oder ob ich dann nur abarbeiten kann. Also, wir können jetzt halt bei diesen Computerspielen, alles was außerhalb des Sichtfeldes ist, ist toter Winkel, ne? Das ist doch genau so wenig. Oh, mein Gott, ihr werdet sterben. Was? Oh, alte Leute. Voll überwürdig geschossen. Was soll man denn hier zuerst machen? Oh, was soll man denn hier zuerst machen? Was soll man denn hier zuerst machen? Oh, was soll man denn hier zuerst machen? Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Das ist echt schlecht. Oh. Oh, was soll man denn hier zuerst machen? 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 So. So, hier bin ich jetzt wieder gefährlich. Er sagt jetzt, der muss natürlich direkt vor dem Überleben, Alter. Normalerweise hilft es einfach, wenn du quasi über den drüberläuft, weil du damit quasi auch Schaden machst, aber dann ist das Überleben einfach ab und zu. Weil jetzt sind beide tot ja da. Das ist ja kompliziert hier, ey. Da machen die selbst auch sterbende Wissenschaft. Was? Fuck. Eigentlich wollte ich sie nur anlocken. Hör mal. Kannst du mal... Das ist doch geklopft hier, Alter. Diese scheiß Fass-Treffen. Wer schießt denn hier? Ich weiß doch keiner mehr. Was ist da hinten? Ja. Lauf halt weg. So. Ich will aber nicht diese Kack fassen. Einmal treffen hier. Geht doch! Meine Fresse! Ah! Ach, leck mich doch! was? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? nicht klingt. Schleck mich doch. Was denn? Ach Gott. Kommt da nicht ran. Keine Chance. Wenn ich den einen erledigen möchte, werde ich von dem anderen abgeschossen. So funktioniert das Ganze nicht. Nee, klappt auch nicht. War das gut? Da fliegt irgendwas, also kannst du gut gewesen sein. Uah! Ja. Wie kommt denn dieser Imp hin? Daran ist ja jetzt auch noch ein Imp. Spawn die da, oder was? Danke. Gott. Uah. Ich hätte gerade gewonnen. Oh. 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 Ich hätte gerade gewonnen. Wie viele Imp sind denn da hinten, bitte? Da hat er dauernd irgendwelche Imp. Da oben wieder. Rumkäufen und Fläufen. Ich würde ja damals doch wohlkommen. Ich würde das auch machen. Untertitel. Oh. Oh. Oh, was ist denn schon das? kann sein dass du die erste sniper bist schmeiß dich mal kurz weg weil du wirst wahrscheinlich eh nicht gebraucht ja doch die erste sniper waffe geil um auto ficken ist also was nein ich brauch das da das ist ja ok dann ist das nicht die 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 richtig krank wo es gibt noch nicht ohne eine da kannst du achte fach sind glaube ich verwechselt ist gerade etwas ganz anderen kann natürlich auch sein aber ja ich bitte sowieso noch mit kommen die können wir gar nicht schaffen und zwar die wo man da in diesem dickichter ist wo wenn ich schon erwähnt wird soweit ist dann weiß ich ehrlich gesagt nicht ob ich die möchte über überspringen muss oder ob ich einfach mal ja weil die sache ist jetzt die ist zwar irgendwie wo machbar aber das würde halt unendlich lange dauern und ich habe keinen bock dass hier halt dass hier folge einfach mal zwei stunden geht oder ich teile denn die web wieder auf aber das ist auch irgendwie blöd hier wieder aufpassen weil hier ist mal irgendwelche fischer äh spawnen nicht auch noch sondern kommen da raus hier wieder aufpassen weil hier ist mal irgendwelche fischer äh spawnen nicht auch noch so zum beispiel so zum beispiel oh So, schon besser. Ach, fuck you. Ist ich da, ja, das leckte ich mich doch. Weißt du, ich kann nicht zwischenleichen durchschießen, ne? Wenn ich die Leiste schieße oder irgendwelche anderen Gegenstände, knallt meine Mut sind generell immer ab. Und die Gegner? Was kommt der jetzt gerade? Ne? Die kann aber einfach immer durchschießen. Das ist so deprimiert, aber warum liegt dieser Buchen so noch? Ich hab's doch gerade aufgeräumt. Oder war das vor dem Speichern? Jetzt mach halt hinne. Danke. Oh, es war noch vor dem Speichern. Hä? Wo ist der Kacko-Demon? Hallo, er ist der Kacko-Demon? So, haben wir alle erledigt? Da ist er ja. Ah, so. So, nochmal. Oh, man hat mich vielleicht auch wirklich diszipliertes. Da ist ja noch einer. So, dann geht's jetzt hier rein. Nee, ich habe noch keine geschlossene Karte. Ach nee, doch, die gibt's doch hier. Alles gut. So. Oh, Alter, wir haben nur noch sieben Schutzauflager. Ja. Alter, wir halten hier bitte aus. Ja, und wir halten natürlich gar nichts aus. Okay. Damit der nächste Mal zu probieren. Einmal mit der hier. Habe den gerade mit auf den Kopf gespielt und gerade mal Fölle Punkte abgezogen. Und ist denn da los? Okay. Mal schon alle drei. Sehr schön. So. Nee. Da haben wir zu wenig Munition. Neh mal die hier. Schaut doch mal. Oh Gott. Scheiß Computer hier. Was ist denn los? Hallo? Wo sind wir denn alle hin? Ich bin auf der Art keinem. Aber so kopf selber. Oh. 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 Ähm, ne, die verbrauchen wir da noch nicht. Ich nehme mal lieber die hier. Was ist so? Wo denn? Ah. Okay. Hau doch mal. Hau doch mal. So, hier geht's wieder raus, ne? Ja. Was? Wir haben den gelben Key. Was müssen wir jetzt mit dem... Achso, da müssen wir erstmal in den Hauptraum, da in den... In den Raum hier rein. Dankeschön. Dankeschön. La Munition. So. Langsam wird's echt warm. Zulich ist das die letzte Folge. Danach bepacke ich mich erstmal pennen. Ist das einzig sinnvolle, naja, sinnvolle, was man bei den Wetter machen kann. So, da haben wir wieder einen blauen Raum. Wobei, ich freue mich lieber vorher hier in dem Gebilde hier auf, ne? Gerade mit den ganzen Pikis. Da wird sogar eine Rüstung. Wann das alle? Ging ja schreckend einfach. Okay. Sehr schön. So. Achso, hier waren wir da, wie es in Revenants. Ne, hier waren Pinky, okay. Ja, Jungen waren Revenants. Aber das Problem ist bei dem Ding, da kommt man nicht mehr raus. Das ist so sinnfrei. Ähm, ja. Ich meine, ach ne. Achso, wow, ne Rüstung bekommt man hier. Äh. Wie, das kann... Wie, wer hat sich diese Stelle ausgedacht? Ich meine, die Rüstung da unten bringt einem gar nichts, weil bevor man überhaupt ne... Das, bist du tot. Einfach tot. So, willst du aufgewandt? Ja, hier haben wir aufgewandt, oder? Nein, haben wir nicht. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, was such ich denn jetzt schon wieder? Klappe jetzt hier. Ach. 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 So, wie gesagt, da kommen wir nicht mehr raus. Das macht also überhaupt keinen Sinn. So. Können wir jetzt endlich mal hier mit dem blauen Raum das machen? Nein, ich mach mal dir Ja, ich mach mal dir Direkt reinzügig versuchen wir aber nicht, wir versuchen jetzt mal aufzuräumen ein bisschen Aber ich hoffe, ich nehme mich denn am dummsten, äh, doch die hier Was? Leck mich doch Eigentlich hätte ich doch auch die AWC-Russu noch gar nicht gebraucht Ach, fick dich doch Oh, du mit deinem Aufkommen als der Katz, ich hab mich doch mal erschossen und der weiß mich trotzdem noch, was ist das für ein Huhu-Sohn? Wo hat er diese langen Zähne her? Okay, weil dieser Pinky lebt, lebt halt einfach immer noch Ich kann ein einziges Wesen so lange Zähne haben Stopp doch mal jetzt bitte! Was ist los mit dem? Ist der G-Manipuliert oder was? Boah, Alter, ist nicht dein Scheißernst hier! So, noch mehr? Keine Ahnung Können wir gleich ziehen Was ist das? O? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, ich bin jetzt hier jawohl first 2 max diese zappelte hier so was los spielen wir gerade mein test oder was raus no bock mehr auf gar nichts falsche richtung da muss ich raus ja niemand egal so mitgetrochen war kratzenblick nicht so rufen aber wie viel wir erledigen wir nicht die typen da oben am besten ja am besten der waffe ich möchte mal stehen das ist ja gerade gestorben nicht korrekt wenn ich bitte danke auch klar hat sich falsch haben gut versuchen wir noch mal ein bisschen munition hier in diesem komischen für räumen dann müsste ja noch munition sein oder in dem warum wahrscheinlich ein wenig da hat man bereits alles geerntet aber genau hier haben wir überall noch in den räumen la munition na gut so viel auch nicht mehr aber besser als nichts so muss reichen äh gut also wenn wir sagen nehmen wir die waffen hier davon aber definitiv am meisten munition gerade ist egal ich habe ich liegen mit mir zu gehen oder was auch an die dort da draußen bereits wieder aufgenommen das bin ja eigentlich gar nicht auch die fücher auch noch klar direkt von anfang an warum auch nicht ist es nicht so dass es kommt komplett übertrieben ist das ist ja ich würde ich sagen ja ja da ist einfach die sache natürlich ein bisschen Die halten echt wenig aus, kann das sein? Sind zwar sehr stark, halten aber nicht viel aus. Das heißt, wir können auf jeden Fall ein bisschen mehr die Arcade nutzen. Also, die Arcade haben wir ja gar nicht, aber die hier. Ja. Irgendwo hängt da noch einer rum. Die Frage ist, von wo kommt der jetzt zu? Ja. Okay. Verstanden. Ach Gott. Feierabend jetzt hier. Bastard. Ben. 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 Ich bin ein wenig Was ist das? Ich bin ein wenig Was ist das? Meine Fresse, man kann sich aber auch anstellen, ja, ne, was ist er hier, heftig. Oh, da sollten jetzt soweit alle weg sein, da hinten noch die grömmlichen Hell Knights, oder Fallen of Hell, haben wir auch geschmeidig weggerockt? Aber, dass diese komischen SS-Soldaten da direkt von Anfang an direkt kommen, ist ja schön, echt schön, da kommt direkt die Freude auf. Oh, kommen wir da rüber? Ja, natürlich kommen wir da rüber. Achso, wir müssen ja da hinten hoch, kommen wir da rüber? Ja, ähm, 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 äh, öh. Ich hatte diese Fakur hier hinten, das schaffe ich nie. Zumindest nie durch Skills, sondern meistens nur durch Zufall. Gerade diesen Sprung hier zum Beispiel. Ja. Genau das meine ich. Sieht das für euch, äh, wie sieht das für euch wie Kön aus? Oder eigentlich eher nur wie Trauer? Ähm, hä? Digga, ich schaff den Sprung nicht, kann man die überhaupt nicht springen oder was? Ah! Da wäre es halt geil, ne Project Brutality wäre hier mit kein Problem, weil da hast du doppelt... Ja. Doppelsprung und kannst dich auch noch so hoch, äh, also an, an, ne, festhalten und dann hochklettern. Aber hier geht halt gar nicht. Wie, 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 wie soll man das schaffen? Äh, vielleicht Rayfoning? Ne, wow. 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 Äh, wow. Ach Gott. Pfff. Hallo? Was zurück ich denn hier für eine Kacke? So, W, A und E. Sag mal. Doch, springen möchte er. Hä? Gott, Alter, das ist zu kompliziert. Wie soll das gehen? Wer denkt sich so scheiße aus? Hm, ja. Na, zumindest hat er die Springkaste angenommen. Das muss ich nur noch. Halt die Fresse. Ach, komm, fack auf, hier weg. Kein Bock mehr. So. Gucken wir lieber hier noch nach Munition, macht mehr Sinn. Wie das klingt, Alter. Hier will ich sterben. So, hier am Anfang war noch ganz viel. Dank unseren Freunden, aus der Nachbarschaft, von Freunden und Helfer. Gut. Hallo. Soll es aber gewesen sein, oder? Mehr ist ja am Waffen auch nicht mehr, ne? Gut. Dann, ab und hier. Ein verdientes Ende für diese Woche. So. Nächste Woche schatten wir ein bisschen der Waffe hier. Die wird uns bei dem, was uns erwartet, helfen. Definitiv helfen. Ach, ich liebe diese Maps, die ist so kacke, Alter. Ohohohoho. Ja, tschüss. Ich will nicht mehr. Na gut, dann bis zur nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.